Musik Mitten im Ort St. Wolfgang führt dieser kleine Steig auf den Kalvarienberg. Der schmale Pfad schlängelt sich über den kleinen Bergrücken. Immer wieder gibt es malerische Ausblicke über den Quirling-Port, den Wolfgangssee und die Berge. Aber Mama, eigentlich ist es mehr ein Spaziergang als eine Wanderung. Ich fand besonders lustig, dass man sich auf den Tafeln als Kaiser und Kaiserin fotografieren lassen kann. Ausgangspunkt ist die nette Jausenstation Aschen. Hier fährt auch die Zahnradbahn auf den Schafberg vorbei. Im Buch findet ihr dazu weitere hilfreiche Details. Außerdem habt ihr damit den perfekten Überblick über die schönsten Familienwege.